Herzlich Willkommen bei OFTAIMO TV. Dieses Mal berichten wir vom 20. Internationalen Kongress der Deutschen OFTAIMO-Chirurgen, der heute im Nürnberger Messezentrum beginnt. In den letzten Jahren, der Innovator ist hier, um dieses Angebot zu geben, den Innovative Lecture in der Entwicklung von bioptik. Und wir beten mit den Kederlack-Surgeln. Danke, Michael. Danke, Michael. Danke, Michael. Danke, Michael. I wanted to just communicate in this biotech history. Roberto, congratulations to your lecture, the Innovative Lecture of the Journal of Time and Searching Society. Thank you very much for delivering this and coming from Argentina. Let's go away. Thank you. Oh, juremos con gloria morir 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 morir Oh, juremos Oh, juremos